Drei Viertel der Endkunden wissen noch nicht, welches Produkt sie kaufen möchten, wenn sie einen Markt betreten. Mit Promotions können sie Kunden direkt am POS von einem Produkt überzeugen und den Umsatz um bis zu 80 Prozent steigern. Doch sie sind schwer zu kontrollieren, was schnell zu Fehlern und hohen Umsatzverlusten führt. Wie wäre es also, wenn sie jederzeit wüssten, wo die Promotion-Ware ist und die Endkunden direkt am POS ansprechen könnten? Wir von CHEP haben ein neues System entwickelt, mit dem genau das möglich ist, Promotion Tracking hoch 3. Schon der erste Testlauf mit dem Hersteller Mondelez International, dem Händler Real und dem Bonussystem Payback war ein voller Erfolg. Während der Promotion konnten Marktleiter, Supply Chain-Verantwortliche und Marketing-Erteilungen die Ware online genau im Blick behalten. Und wir konnten in kürzester Zeit den Produktumsatz verdoppeln, Neukunden gewinnen und die Käuferquote massiv steigern. Promotion Tracking hoch 3 funktioniert ganz einfach. Das Geheimnis liegt in der CHEP Viertelpalette. Dort haben wir einen Beacon integriert, der Signale aussendet. Router geben die Signale an ein zentrales System weiter, das Ihnen rund um die Uhr auf einem Online-Dashboard anzeigt, wo sich die Ware im Front- oder Backstore befindet. Sie können also sofort reagieren, wenn etwas fehlt oder falsch platziert wird. Eine vereinfachte Version des Systems kommt sogar ganz ohne Router aus. Denn auch die Smartphones der Endkunden können die Signale empfangen. Ganz ohne Router erhalten Sie online über die Anzahl der App-Kontakte präzise Informationen, ob und wann sich eine Palette im Front- oder im Backstore befindet. Der zweite starke Vorteil. Smartphone-Apps können die Signale verwenden, um den Endkunden via Push-Nachricht mit attraktiven Angeboten zur aktuellen Promotion zu versorgen. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Ware. Ideal, um die Kaufentscheidung vor Ort zu beeinflussen. Unser erster Test hat gezeigt. Die Endkunden sind begeistert und nehmen die Angebote deutlich häufiger an als bei anderen Promotions. Das bedeutet höhere Umsätze, starke Kundenbindung und eine direkte Interaktion mit dem Verbraucher. Mit dem neuen System vereinfachen und optimieren wir Promotions mit wenig Aufwand und geringen Kosten. Sie profitieren von glücklichen Kunden, höheren Umsätzen und transparenten Abläufen. Das ist die Zukunft der Promotions. Das ist Promotion Tracking hoch 3.